Hallo, Sie hören im Tipp der Woche, weltweit Radio hören im Internet. Angenommen, Sie haben Fernweh nach Australien, ganz einfach, Internetradio starten und einen australischen Sender suchen. Das hört sich dann ungefähr so an. Oder Sehnsucht nach Brasilien, dann einen brasilianischen Sender suchen und das hört sich dann ungefähr so an. Oder was natürlich auch geht, Sie sind im Ausland und wollen den Schneebericht zu Hause hören, Internetradio starten und Sie sind zu Hause. Die Phonostar-Software bietet auch eine Aufnahmemöglichkeit, um die laufenden Sendungen mitzuschneiden, wahlweise im MP3- oder WAV-Format. Den Link zum Phonostar finden Sie im Artikel auf meiner Seite. Sie hörten den Tipp der Woche von www.powertext.ch